Willkommen zurück zu einer neuen Folge Satisfactory. So, hier sieht man schon im Hintergrund, wir haben ja unsere Kohlekraftwerke fertiggestellt in der letzten Folge. Und das ist jetzt auch alles schön vollgelaufen. Es werden, wie man sieht, jetzt nur noch diese Lager in der Produktionshalle selber noch gefüllt. Ansonsten ist unser Hauptlager schon hier voll. Sehr schön. Und in dieser Folge bauen wir auf jeden Fall neue Eisenbachen. Wir haben ja dieses Vorkommen, was ich in der letzten Folge gezeigt habe. Allerdings, schauen wir zuerst rein, was wir mit der Forschung noch machen können aktuell. Da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was gehabt. Da schauen wir mal kurz rein. Dass das mal weiterläuft hier. Ah, Turbodraht hatten wir zuletzt. Mal schauen. Okay, dann schauen wir da mal kurz rein. Was haben wir hier noch? Ach, ein Turbodraht, okay. Ja, der intelligente Splitter, KI-Begrenzer, Supercomputer und Highspeed-Anschluss. Ähm, ja, der Supercomputer bringt uns erstmal nicht so wahnsinnig viel, da wir noch gar keine Computer herstellen können. Äh, Turbodraht, ich habe zwar oben jetzt die Bachen schon, aber kein Turbodraht an sich. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig, das lassen wir erstmal. Also ist schon wichtig, aber nicht jetzt, zu diesem aktuellen Zeitpunkt. So, wir haben also noch Supercomputer, die wir dann weiter erforschen können. Bringt uns jetzt nur nichts. Festplatten haben wir gerade keine. Aber gelbe Elektroschnecken. Wenn es angezeigt wird, müsste ich ja noch eine haben. Hier haben wir eine. Gut, dann können wir die mal in der Zeit analysieren lassen. Dann läuft das. Haben leider keine zweite. Was schade ist, aber kommt noch. So, was ich jetzt auch mal bauen möchte, ist nämlich, äh, da sind nämlich diese Sprungstelzen, damit ich hier schneller rennen kann. Äh, da brauche ich noch Turbodraht. Ich habe doch hier noch drei gehabt. Ah, hier habe ich aber auch noch Bachen. Sehr schön. Dann kann ich nämlich den Turbodraht herstellen. Und dann bauen wir uns die Sprungstelzen mal eben. Ach, dann haben wir noch Bachen übrig. Da könnte man wenigstens, äh, hier den alternativen Turbodraht erforschen. Das können wir mal machen. Bam. So. Packen wir den Rest wieder rein. Und dann bauen wir uns mal die Sprungstelzen. Ja, die sind eigentlich äußerst nützlich, solange wir halt jetzt noch, äh, Also, noch kein, äh, Jetpack haben. Dann können wir wenigstens hier viel, viel schneller sprinten. Und dann machen wir uns mal auf den Weg und bauen die ganzen Miner und Schmelzen. Dann können wir nämlich die Eisenbarren auch hier reinleiten. Dann haben wir die auch zur Verfügung. Und können da drauf dann unsere Eisenstangen und, äh, Eisenplatten, alles mögliche damit herstellen. Und dann weiter zu den Rotoren und Motoren. Ach, wir können noch so viel hier automatisieren. Langweilig wird's erst mal nicht. So, hier irgendwo, hier waren sie. Okay. Da brauch ich auf jeden Fall jede Menge Platz. Hab ich halt hier wieder so Steine im Weg. Ja, das muss ich mal kurz mit der Kettensäge hier ummachen. Und dann machen wir uns hier wieder eine Plattform. Und die soll ja auch so gebaut sein, dass hier keine Steine rausschauen. Sonst haben wir Probleme mit dem Aufstellen der Schmelzen. Das wäre natürlich auch nicht so toll. Aber wir können... Ach, da ist eine Schnecke. Aber da komme ich jetzt halt nicht einfach so runter. Runter schon, aber nicht mehr hoch. Na gut. Ähm... Hier noch ein bisschen. Und ich kann die jetzt auch so einsammeln, aber... Dann habe ich hier automatisch diese Blümchen mit. Und es gibt uns, wie gesagt, dann den Farbstoff. Und darum nehme ich jetzt einfach mal alles mit. Weil es so viel Spaß macht. Machen wir das hier auch weg. Nicht genug Platz. Ach, die Taschen sind schon voll. Das ging ja schnell. Das ging jetzt schnell. Gut, jetzt müssen wir halt improvisieren. Ähm... Stellen wir uns jetzt hier mal in die Ecke so eine Box. Und laden das ganze Zeug hier rein. Ich denke, das reicht auch. Sollte reichen. So. Die Fundamente. Jetzt brauchen wir wieder die höchste Stelle. Wäre dann... Auf diesem Stein. Oh. Die Sprungstelzen sind ja heftig. Das wird Kalkstein sein. Oh je. Kalkstein normal. Okay. Können wir uns bei Bedarf auch mal holen. Aber jetzt geht es hier erstmal nur um das Eisen. Ach, jetzt muss ich nochmal den Truck... Schlepper. Das sind nämlich meine... Mobil Minator drin. So, jetzt muss noch irgendwas raus. Dann nehme ich mal die raus. So. Dann setze ich mal die zuerst. Ah, ich muss erst das Eisen abbauen. Mist. Muss ich noch irgendwas ablegen. Muss erst dieses ganze Eisen-Zeugs hier wegmachen. Hm. Nein, das kann jetzt wieder dauern. Das ganze sechsmal. Juhu. So. So, in diese Richtung. Einen haben wir ja schon mal. Immerhin. So. Nummer zwei. Das ist halt ein bisschen nervig, aber... Na gut, was soll's. Nummer drei. Okay. Warte, steh mal direkt drauf. Ich bin der König des Eisens. Yeah. So. Dann brauchen wir... Fusionatoren. Das Ganze wieder schön verkabeln. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen mehr Platz. Muss auch keine Angst haben, dass wir das... Band nicht irgendwo reinkriegen. Jetzt muss man nur schauen, in welche Richtung wir das machen. Ich würde sagen, geh mal in diese. Äh, wo hab ich das grad eben hingesetzt? Hm. Das wird halt jetzt ein wesentlich größeres Areal. Aber wir brauchen für diese sechs, ähm... Eisenvorkommen insgesamt zwölf Schmelzen. Produktion, Schmelzerei. Ja, das reicht vom Platz. Eins, zwei... Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Okay, hab ich ja eigentlich relativ gut geschätzt. So. Oh, ich stehe hier voll in der Kante. Ist das richtig rum? So. Ah, dachte schon, wo kommt denn das jetzt her? Ähm. Naja. So. Ich muss halt nur die andere Seite dann... ... auch noch irgendwie da reinkriegen. Aber das kriegen wir schon. Äh, jetzt hab ich vergessen, wie rum der stehen muss. Okay, da kommt's also von der Seite rein. Ähm... Wenn wir hier einen Fusionator hinsetzen. Der aber ein bisschen näher dran steht. Dann... ... einmal diese Wand hier. Diese Wand hier. Krieg ich das dann noch? Nein, krieg ich nicht. Da muss er doch ein Stück weiter hinter. Okay. So, ne? Ja. Das geht. Jetzt kommt wieder meine Lieblingsbeschäftigung hier. Da hab ich mich schon ganz besonders jetzt drauf gefreut. Gibt nix schöneres. Das machen wir mal von der anderen Seite. Da müssen wir nicht ständig hier rumhüpfen. Wir sollen nämlich gleich E nochmal... ...wollen wir den Strom setzen. Da kommt noch eine. Hab nicht mitgezählt. Okay, das war's. So, jetzt brauch ich die Ausgänge ja noch. Ähm... Ja, genau. Wir gehen in diese Richtung raus. Reicht das vom Platz? Hm. Ja, geht aber dran. Dann machen wir das so. So. Also da kriegt man auch jede Menge Eisen dann raus. Limitiert durch die... ...MK4-Bänder. Muss ich halt dann... ...umrüsten auf die... ...äh... ...MK3-Bänder, genau. Muss dann umrüsten auf die MK4. ...sobald wir soweit sind. Weil noch haben wir halt nur die MK3. So. Ach. Die, die... ...schmelzen muss ich natürlich auch noch einstellen. Das darf ich nicht vergessen. So. Hier mach ich mal direkt wieder so ne Wand hin. Dann komm ich nämlich hier raus. Dann stellen wir mal jetzt alle ein. Das kann ich eigentlich auch von oben. Eins, zwei... Ui. Oh. Okay. Da zieh ich sie jetzt mal aus. Das ist ja... Ui. Das mit Sprung... ...Sprungstelzen zu machen ist ein bisschen... ...heavy, weil es so schon schwierig genug ist. Aber mit Sprungstelzen ist das ja dann... ...wow. Noch anstrengender. Aber kann ich jetzt auch von unten machen können. Aber da hätte ich genauso über die Bänder jetzt hüpfen müssen. Das ist auch eine Möglichkeit. Zuerst hüpfen und dann nach vorne laufen. Das können wir eigentlich von hier machen. Dann kriegt jetzt jeder seinen eigenen Mast. Sonst hab ich keine Eisenstangen mehr. Och. Die hab ich glaube ich vorhin rausgelegt, ne? Ist ja sowas von klar. Genau das, was ich brauch, das lege ich natürlich ab. Äh. Eisenstangen. Eisenstangen? Keine Eisenstangen. Eisenstangen? Eisenstangen. Sehr schön. Aber ich hatte doch noch welche dabei. Draht und Beton reicht auch noch. Sehr schön. So, jetzt wird er da hochkommen. Und die letzten Masten setzen. So viel dürfen es jetzt nicht mehr sein. So, der hat. Okay. Und jetzt dieses leidige Thema. Okay. Aber wie gesagt, muss ja auch gemacht werden, ne? Bäh. Ja, komm, lass mich wieder hier hoch. So, und der mit dem. Da muss man echt aufpassen, dass man... Ach. Keinen vergisst. Du hast, okay. Habe ich die Sprungstilzen werden? Ne. Ne, der ist. Den habe ich auch. Äh, falsch. Zu schnell geklickt. So. Die stelle ich... ...hier hin. Und... ...die stelle ich... ...irgendwo da hinten hin. Hier ist gut. So. Jetzt muss ich das da drüben noch... Ah, das ist eine Schnecke. Die hole ich mir aber schnell, bevor ich sie wieder vergesse. Die hole ich mir. Oh. Erbeu. Ja. Schneckchen. Ein grünes Schneckchen. Jawohl. So, jetzt kann ich die Dinger wieder anziehen. Dann wieder die Kacke da runterklopfen. Da haben wir sonst nichts zu tun. Komm schon. Den hier noch. Den hier noch. Na komm. Jetzt aber. So. Produktion. Minotoren. In diese Richtung. Dann kriegst du einen... ...von der Sorte in diese Richtung. Und den in... ...in diese Richtung. Habe ich die Miner da hinten eigentlich angeschlossen? Ich glaube nicht. Nee, oder? So, dann sind die jetzt auch da dran. Jetzt möchte ich aber glatt mal schauen. So wie es aussieht nämlich nicht. So, sind die verbunden. Jetzt zwei Strom. Nicht genügend Freiraum, Boden zu stellen. Okay, das krieg ich da dran. Und dann verbinde ich den noch mit... ...dem. Und dann müssen die eigentlich am Stromnetz hängen. Also, kann ich ja nicht sehen. Aber das ist ja mit dem verbunden. Und müsste dann da die Kurven... Ja, doch. Doch, müsste alles verbunden sein. So. Dann schauen wir mal, wie weit hoch wir kommen. Da nicht mehr, aber hier geht's. Okay. Dann bleiben wir mal auf der Höhe 3. Aber wenn es natürlich wieder zu weit ist... Ah, passt. Das ist wirklich verdammt schwer einzuschätzen. Ah, das fehlt. Ein kleines Stückchen. Ein kleines Stückchen hat gefehlt. Da. Jetzt. So. Und du musst hier rein. Das heißt, ich dreh dich so. Da mach ich jetzt nur mal ein Zweier. Okay. So, und dich muss ich auch noch anschließen. Aber dich krieg ich ja direkt dran, ne? Ja. Soll mich jetzt mal nicht weiter stören. So. Das gefällt mir nicht. Und zwar möchte ich wieder hier einen Container stehen haben. Als kleinen Zwischenpuffer. Krieg ich dann hier eigentlich noch die Kurve? Schau mal. Ja. Dann komm ich hier raus. Und kann es dann von hier aus in das Hauptlager leiten. Dann muss ich nur schauen, wo lang am besten. Hm. Gut. Jetzt brauchen wir noch Strom da drauf. Schauen wir mal. Wie weit ist denn unser Kohlekraftwerk entfernt? Es ist da hinten. Es ist ein ganzes Stückchen. Die Leitung ist auch da hinten. Es ist alles so weit weg. Gerade ist zu lang. Äh, da geht's runter. Das wollen wir ja nicht. Das heißt, wir stellen da einen hin. Gegenüber. Ich hab gedacht, ich hör da irgendein so ein Vieh. So. Können wir da schon anschließen? Draht ist zu lang. Draht ist zu lang. So. Jetzt haben wir Saft drauf. Das heißt, die ganze Maschinerie müsste jetzt angesprungen sein. Und da unten ist Kupfer. Was wir uns ja, wie gesagt, auch noch holen wollen. In irgendeiner weiteren Folge. Jetzt sind wir noch am Eisen dran. Ich höre die Miner auf jeden Fall schon laufen. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Ui, ui, ui. Ja, das staut sich jetzt halt ein bisschen auf. Weil die Förderbänder sind halt dafür zu langsam leider. Also es werden jetzt auch nicht alle alle Schmelzer anspringen. Sondern erst, wenn ich wirklich die Wände ausgetauscht hab. Aber ein bisschen was wird bei oben kommen. Ein Wachen liegt hier schon. Ach, warum nur eine? Ähm... Natürlich liegt ja nur eine. Mist. Ich sollte wirklich die Teile hier auch alle verbinden. So, jetzt aber. Jetzt kommt da überhaupt nicht was rein. Und es füllt sich. Sehr schön. Da kommt's raus. Jetzt muss ich halt schauen, wo es am besten lang für... Das sind ja zwei Eingänge, ne? Oder komme ich hier raus? Der kommt hier raus. Und geht dann da oben auf das... höchste Band. Also ich müsste dann eins höher als das gehen. Dann würde es funktionieren. Und dann hole ich das hier hoch. So, schauen wir mal, wie hoch wir kommen. Bis hier hin. Okay. Er ist auf der Höhe drei. Vier. Fünf. Sechs. Müsste eigentlich schon direkt da hoch gehen. Passt. Ziehen wir es mal hier quer durch. Habe ich jetzt schon sechs? Drei, vier, fünf, sechs. Ja. Auch wenn die Strecke nicht zu weit ist. Äh. Da habe ich mich aber ordentlich verschätzt, du. Da habe ich mich ordentlich verschätzt. Oder? Sieht gar nicht so weit aus. Können wir den eigentlich entfernen? Oder gehen wir direkt auf den da? So, drei, vier, fünf, sechs. Ob das schon bis dahin reicht? Nein. Ja gut, aber hier wird es gehen. Dann gehen wir doch da drauf. Ich bin jetzt zu faul, da... ...nochmal so ein Türmchen zu bauen. Das ist halt praktisch, wenn man schon diese fertigen Türme hier benutzen kann. ...nochmal so ein Türmchen zu bauen. So. Dann hier dran. Sonst gehen die Eisenblatten aus. Nicht gut. Ah, sie sind ja schon da dran. Okay. Dann reichen sie ja doch noch. So. Und da dran. Wir wollen auf jeden Fall hier rein. Na komm. Allerdings auf... ...den hier. Den unteren lasse ich nämlich für die Eisen vorkommen, die wir hier unten in der Hauptbase haben. Und... ...dann führen wir das nämlich direkt... ...in den zweiteren ein. In den zweiteren ein. ...und das Einführen soll ja kein Problem sein. Äh. Okay. So viel dazu. Ab und zu habe ich halt dann doch ein paar Probleme mit dem Einführen, wie man sieht, aber... ...ist nicht immer so. ...so. So. So. Meine Spaghetti-Bänder hier. Kommen wir von hier schon... ...da runter? Nein, da fehlt nur ein Stück. Oh, Mann. Wie kreuz ein Gewerdes jetzt schon ist. Da war ich wieder eins zu hoch. Ja, und da sind sie auch schon, unsere Eisenbacken. Die Stahlbacken, die laufen ja auch schon gut. Ist halt immer noch dabei, die Lager zu füllen anscheinend. Ja, das füllt sich ordentlich. Sehr schön. Haben wir unser Missionsziel für heute auf jeden Fall wieder erreicht. Schauen wir uns noch kurz von oben an. Sehr schön. Müssen wir halt nur mal anschauen, wie es aussieht, wenn wirklich alle Bänder gleichzeitig laufen. Also, wenn wir da wesentlich mehr Sachen drin haben, dann machen wir auch mal einen Stresstest. Das heißt, ich leere die ganzen Container. Und... Dann springt ja alles gleichzeitig an. Und ja... Sieht dann garniert richtig geil aus. Aber es gefällt mir jetzt schon, wie es ist. Also, wir haben ja schon wirklich ein paar Sachen drin. Drei Hauptmaterialien. Eisen, Stahl und Katerium. Das sind ja schon zwei Produkte aus den Stahlbachen selber. Fehlt auf jeden Fall nur noch Kupfer. Und dann haben wir so die ganzen Hauptbestandteile schon hier drin eingelagert. Und dann können wir schon... Das heißt schon. Wir sind eigentlich relativ spät dran. Wir können dann auf jeden Fall aber mit der Produktion der kleineren Items anfangen, die aus diesen Produkten hergestellt werden. Bis wir irgendwann bei den Computern enden. Um die Supercomputer herzustellen. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Also, da werden noch einige Produktionszahlen gebaut werden müssen. Aber das machen wir dann in den nächsten Folgen. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt. Ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.